Hallo. 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 Die Stimme kenne ich doch. Lang nicht mehr gehört, Mensch. Das ist doch eine vertraute Stimme, Banks. Hallo. Bist du mein neuer Mitbewohner? Wo bist du? Ja, ja, ich wohne im Keller. Guck mal im Keller. Im Keller? Ja, ja, da. Als ob. Als ob du mein neuer Mitbewohner bist. Ja, oder? Ich hab mich schon gefragt. Nee, eigentlich bin ich. Ich bin im Keller. Wo bist du denn gerade? Bist du in meinem Keller etwa? Nein, ich bin bei meiner Villa. Ich wusste gar nicht, dass du eine hast. Warte mal. Wohnst du? Hier hinter dir. Nee, warte mal, sag jetzt nicht. Du hast unter meinem Haus eine Villa gebaut. Nein, hier. Das ist meine Villa. Hier. Ja, nebenan. Aquarium-Villa. Ach so. Ah, wow. Ja. Ich hab neun Mitbewohner. Ich dachte, du bist das. Nein, nein, nein. Ich dachte schon. Ich bin gespannt. Ich weiß nämlich nicht, wer mein Mitbewohner ist. Keine Ahnung. Ach so. Nee, 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 nee. Ich hab sogar hier. Komm mal mit, Banks. Sag mal, sag mal. Hier unten, unten. Du bist doch. Ach so. Warte, ich hab dich gar nicht gesehen, hä. Du bist wie ein Ninja. Ich hab doch schon Regenbogenfarben an. Mehr kannst du machen. Ah. Ja. Und jetzt pass auf. Achtung. Und schwupps. Oh. Ja, ja, ja. Aber Banks, es freut mich sehr, dich zu sehen. Ey, ich hab hier ein Problem tatsächlich. Was denn? Ja, ich hab so eine Challenge gemacht. Da hab ich übrigens noch was von dir. Hier, guck mal. Das gehört dir. Ja. Ja, ja. Hab ich aber auch bezahlt. Aber kriegst du wieder. Ah. Ja, fünf Diamanten. Ich hab sie dir doch jetzt. Das war ja nur geliehen. Ich hab sie dir wiedergegeben jetzt. Ja, okay. Das waren Leihgebühren. Ich hab das Ding sogar verzaubert. Das hatte nämlich nicht Reparatur, als ich's bekommen hab, glaub ich. Ah, ja gut. Das sind die Leihgebühren. Sehr direkt. Aber das Ding ist, ich hab meine ganzen Sachen natürlich für die Challenge in ne Kiste gepackt. Naja, also da fehlen jetzt auf jeden Fall... Also mein Schwert wurde mir geklaut, weil... Welche Kiste denn? Wo denn? Ja, ich hatte in meinem Haus ne Kiste. Da hab ich quasi mein ganzes Zeug reingelegt. Wurde ich geklaut? Ja, übel krank sogar. Ich sag dir das mal. Mir wurde auf jeden Fall mein Schwert geklaut. Man sieht das auch an der Kiste, wenn man reinguckt. Hier, komm mal mit. Ja, ich bin ja grad dabei, den Wasserstand zu beheben. Das ist... Was hat ich geklaut? Guck mal, die Kiste. Da sind ja Lücken drin wie Sau. Also mir fehlt auf jeden Fall eine Brustplatte, mir fehlt ein Schwert auf jeden Fall. Mir fehlt meine Axt, mir fehlt meine Spitzhacke. Mir wurde alles geklaut, seh ich grad. Leute, nein! Du wurdest beklaut! Aber komplett brutal, ey. Okay, wer könnte das gewesen sein? Boah, wie, wie? Hier ist ja heftig Krieg ausgebrochen, wie ich mitbekommen hab, ey. Ich sag mal so, Banks. Ich glaub, ich bring dich erst mal auf den aktuellen Stand. Ey, 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 warte, warte, warte. Meine Elytra wurde auch geklaut. Ich hab gar keine Elytra mehr jetzt. Hier, dann kannst du meine haben. Oh, danke. Ja, jetzt krieg ich sie wieder. Junge! Hast du eine Ender-Chess? Vor der Tür, glaub ich, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Oder hab ich die... Warte, vielleicht hab ich's... Dieser Wasserschaden hier, Mann, ey! Mann, aber das ist auch nervig. Ich repariere das heute noch, keine Sorge. Ey, ja, lass mal... Vielleicht hab ich was in der Ender-Chess gepackt, aber ich denke nicht. Aber lass mal sicherheitshalber... Ja, komm mit mir, guck mal. Ich lass das dann doch... Da haben wir eine Ender-Chess hier bei Flauschi einfach. So, hier ist eine Ender-Chess. Ne, also hier sind Sachen drin, aber nix davon. Ja, dann wurdest du echt beklaut. Mann, ey, wer klaut denn hier einfach? Aber im Big-Stil, warte mal. Der hat mir eine full verzauberte Axt, Spitzhacke, Schaufel, Brustplatte, Elytra, Bogen. Das fällt auf. Leute, schreibt in die Kommentare, wer war das? Ich wurde übel. Ich wurde übel ausgeraubt. Oh, Mann, ey. Ich hab nix mehr. Ich muss... Ich muss ganz von vorne anfangen. Ich muss mich erst mal wieder ausrüsten. Ich kann nicht mehr kämpfen. Du kennst ja bei Null an. Na gut, bei Null, na. Ey, was ist denn das da hin? Das sieht ja anders cool aus. Das hab ich heute auch erst... Also gestern erst das erste Mal gesehen. Das war's, das ist der Tempel von Thuan. Ah. Sind das hier Timmy-Banner? Nein, Thuan. Ah, Thuan-Banner. Ah. Genau. Er beschützt die Stadt vor dem Alpha-Clan. Denn der Alpha-Clan hat zum Beispiel hier alles weggesprengt. Ja, die Häuser fehlen, ne? Komm mal hier runter, wie tief das geht. Das Timmy-Haus fehlt, Alphas Haus fehlt. Oh ja, ich seh's. Ja, drunter war das komplett... Aber ist auch ein bisschen gefuscht hier, die Reparatur, ne? Weißt du, an was mich der Banner erinnert? In Fortnite. Ja, ey, das hat Flauschi auch gesagt. Ja, ja, ist ehrlich so. Bei Fortnite, diese Dinger, die da runtergehen. Ja, ja, ja. Aber ansonsten ist nicht viel passiert. Die Stadt ist gewachsen. Die haben Leute rausgeworfen hier, aus der Stadt. Ja, Timmy, ne, oder? Timmy ist raus, Blackjack's Haus ist weg, Alphasteins Haus, alles kaputt. Wo wohnen die jetzt? In ihrer Alphas-City da, die sie da gebaut haben? Das weiß ich nicht. Es gibt einen neuen Tierladen. Ah ja, da seh ich dahin. Ja, nice, nice. Eine Feuerwehr, die ist heute auch im Einsatz. Ja. Die Feuerwehr ist auch da. Was hat denn gebrannt? Ja, nee, die sind heute auf Bereitschaft. Noch brennt nichts, aber die Statue hier ist noch volle. Das kann echt passieren, dass die mal Feuer fängt. Ja, ja, das ist fatal, ja. Da brennt wirklich jeder Block, denke ich. Ist auch Holz hier, damit heißt du... Ja, aber ich weiß, das brennt aber, glaube ich, nicht, aber... Ja, da ist auf jeden Fall alles passiert. Aber, Banks, das machen wir jetzt wegen deiner geklauten Sache. Wollen wir erst mal das Wasser aus deinem Haus rausnehmen? Ja, lass erst mal schnell das Wasser. Hast du, also ich hab halt Bruchstein. Hast du vielleicht Sand, weil... Ja, 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 Sand. Vergesst auf keinen Fall eine positive Bewertung abzugeben, wenn euch die Folge gefällt und abonniert doch den Kanal. Wichtig und richtig. Okay, mit Candys Hilfe sollten wir relativ schnell das Haus reprägt haben. Ich muss ehrlich sagen, natürlich doof gelaufen für Alpha. Aber jetzt, wo sein Haus weg ist, kommt mein Haus natürlich noch schöner zur Geltung, ne? Sag ich ganz. Hier ist außerdem auch noch ein ganz komisches Schild. Also erst mal, weil voll viele geschrieben haben, dass mein Haus gesprengt wurde. Mein Haus wurde nicht gesprengt. Da ist ein TNT hier auf den Stufen. Also, ja, man sieht halt auch, wo Candy repariert hat. Also, das waren die Blöcke, die kaputt gegangen sind. Also, das war fast nix. Ah, okay. Ich hab hier auch ein Schild vor meinem Haus stehen, da steht, gib uns Eiferstein, du Entführer. Äh? Das ist auch wild, hä? Ich hab Eiferstein eine Woche nicht gesehen. Warte, ich geb dir mal Sand. Aber wir brauchen halt sehr viel, ne? Okay, du hast super viel. Das ist alles, ach, das geht. Das ist nicht viel. Das sind original drei Minuten, die wir jetzt hier brauchen. Okay, ich stopp die Zeit. Let's go. Und let's go. Drei Minuten ab jetzt. Wer mehr Blöcke platziert, wer mehr Blöcke platziert in der Zeit, kriegt dann ein neues Auto. Ja, genau. Oder ist das ein guter Deal? Was sagst du? Nee, machen wir nicht. Wer mehr platziert, der andere muss sagen, dass der andere der bessere YouTuber ist. Ja, ja, der riecht wieder ein Short hier. Das ist ja krank, was ich hier wieder mit erlebe, wirklich. Aber wir zählen ja gar nicht gerade. Die Stacks, die man platziert hat. Ah. Ich hab mitgezählt. Du nicht, das heißt, du bist diskvalifiziert, das heißt, ich hab gewonnen. Naja, ich hatte drei Stacks, oder nicht, oder? Ich hab jetzt keine mehr. Oh nein, ich hab noch einen Stacks. Du hast drei platziert schon? Nein, nein, nein. Autoklicke, Autoklicke, Autoklicke. Er macht den Autoklicke an. Ich hab ein Jahr Roblox gespielt mit Autoklicke. Fertig. Wie? Drei Stacks. Ich weiß nicht, ob ich drei. Vielleicht hatte ich mehr. Ich weiß es nicht. Na, weiß ich nicht, gerne, ob du mehr hattest. Nein. Ich geh mal davon aus, dass wir fair jeder drei Stacks hatten. Das würde bedeuten, dass du gewonnen hast. Ich spitz die Ohren, Candy. Ich will hier was hören. Das landet auf Short. Banks, mein Name ist Candy und du bist der bessere YouTuber. Yimmy. Endlich ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Wird das jetzt ein Short wenigstens? Vielleicht, mal gucken. Hier ist ja noch Sand. Ey, du hattest Sand. Ja, ich glaub. Du wolltest nur Sandabstau bei mir haben. Echt jetzt? Mann, meine Kisten sind, aber ich hab auch mein halbes Zeug noch im Jet. Meine Kisten sind überkompliziert. Ja, wir können ja jetzt hier im Grunde. Ich hab ja keine Schaufel mehr. Ich hab eine OP-Schaufel. Ey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, mir wurden auch arschviele Dias geklaut. Hä, wer klaut denn alles? Sicher, dass du die nicht irgendwo anders hast? Ne, wo denn? Das ist alles, was ich hab hier. Und die anderen Sachen waren ja auch in der Kiste. Nur halt nicht alles. Wer klaut denn hier alles raus? Du bist doch offline und dann klaut jemand? Mann, ey. Was soll das denn? Das geht gar nicht. Dabei sollte mal ein Württchen mit Timmy reden, wirklich. Der ist ja außer Rand und Band, glaub ich auch. Ja, guck mal hier, wie schnell meine Schaufel ist. Guck mal, wie schnell ich mit der Hand bin. Warte, ich mach eine Eisenschaufel zumindest, oder so. Hab ich hier, hab ich, ich hab auch kein Eisen. Ach doch, ich hab Eisen, Eisen hab ich. Ich bin schon fertig, bevor du gecraftet hast. Ich hab Dias doch im Inventar. Aber das sind viel zu wenige, Alter. Ich hatte einen Stack oder so. Timmy hat mir übelst viele geschenkt. Okay, es macht eigentlich keinen Sinn, dass Timmy das geklaut hat. Weil Timmy hat's mir ja geschenkt. Aber man weiß ja nie. Ich bin ja dabei, dass es der Alpha-Clan war. Lofty oder Alphastein selber? Ja, Lofty, das kann schon sein. Lofty schaut gerne mal in andere Kisten rein. Der ist bekannt dafür. Aber bei mir gehört, Lofty ist halber KFC. Weißt du das schon? Nee. Oder wurde der gesprengt in der Zwischenzeit? Das wär ärgerlich. Nee, aber es stand oft im Raum, dass der gesprengt wird. Hoffentlich nicht, weil das ist meine Essensfarm. Wenn das gesprengt wird, wär schon doof. Ich hab ne Karottenfarm, die hast du doch gerade gesehen. Da kannst du dich gerne bedienen. Ja, aber ich hab ja kein Gold. Ey, hast du mal die Preise von Amir's Shop gesehen? Das ist die größte Wura-Geschichte, die ich jemal im Leben gesehen hab. Warum brauchst du Gold? Ja, für goldene Karotten? Oder willst du Karotten essen? Weiß ich nicht. Normale Karotten, für mein Leben lang. Deswegen bist du so regenbogenmäßig, glaube ich. Ja, aber ich kauere den Markt. So. Guck mal, wie schnell das geht. Wenn man zusammenarbeitet, dann geht's schnell. Das stimmt. Vielen Dank, Jani. Warst du eine große Hilfe. Oder bist du eine große Hilfe? Ich schicke dir die Rechnung aber noch. Rechnung? Was für eine Rechnung denn jetzt plötzlich? Ja, klar. Ich helf dir doch gerade. Was denn ein Stundenlohn? 100 Euro oder wie? Ja. Okay. Ey, ich hab schon gearbeitet. Das schuldest du mir. Ja, okay. Spaß, ich war's natürlich ehrenamtlich. Ja, dann willst du wieder... Nachbarn helfen sich doch. Hey, Nachbar. Stimmt, wir sind ja wirklich Nachbarn. Aber wer ist dein Mitbewohner? Das ist ja die entscheidende Frage. Das frage ich mich auch. Aber wie kannst du das nicht wissen? Ich war zwei Tage nicht da und Flauschi hat mein Haus einfach vermietet. Ach so. Und jetzt gehört's, jetzt, äh, ja, jetzt hab ich einen Mitbewohner anscheinend. Einfach untervermietet. Hallo. Moin, Flauschi. Da, was macht jeder hier? Lang nicht mehr gehört. Flauschi, kannst du mir bitte sagen, wer mein Mitbewohner ist? Ich platze vor, ähm, Neugier. Wer ist das denn? Oh, nee. Der hat aber ein Schild geschrieben, aber ich weiß immer noch nicht, wer es ist. Echt? Was für ein Schild? Was steht da? Da steht, dass er einkaufen ist. Kommt der ja gleich wieder. Na, aber ist doch gut. Der macht den Kühlschrank voll. Was hast du denn? Hm, ich bin noch nicht einkaufen. Ich will mich nicht beschweren. Banks ist auch nicht, der kann nicht einkaufen. Der hat keine Dias mehr. Ich wurde komplett beklaut. Alles geklaut. Alles geklaut. Ja, mein Gott, ich vertraue den Leuten halt. Ja, das ist schon mal der erste. Du kannst auch abschließbare Kisten benutzen. Na gut, da habe ich ja jetzt jedem auf dem Server inzwischen gezeigt, wie man die aushebeln kann. Weiß nicht, ob die so sicher sind. Das hätte ich mal für mich behalten sollen. Ihr hättet das bis heute nicht gewusst. Mann, wie viel Wasser ist denn hier? Weil man kann das dann auch, dass man das dann auch nicht mehr mit Schwemmen wegmachen kann. Warte mal, ich muss ja noch. Ich habe es ja versucht. Ich war vor zwei Tagen hier und habe Schwemme versucht. Ja, ja, geht nicht. Deswegen hatte ich das auch abgebrochen. Ich frage dir ehrlich, Banks, ich weiß, was wir machen. Ja. Und zwar, deine Sachen wurden geklaut. Das schreit nach. Brache. Achso. Also, du musst auch. Feuerwerk. Nee, was? Nee, du musst auch andere Häuser machen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist denn mein TNT? Das wurden mir auch reinklaut. Oh, das war bestimmt der Alpha-Clan. Junge. Mann, ey. Ich hasse den Alpha-Clan. Mann, ey. Ohne Scheiße. Es gibt auch noch eine ganz wichtige Sache mit Lofti. Ist der gerade on? Nee, schade. Mann, weil Lofti hat nach wie vor meinen Fun-Wender auch geklaut. Das war die stärkste Waffe, die ich hatte. Weißt du das noch? Die habe ich dir ganz am Anfang mal gezeigt. Okay, Hausdurchsuchung. Hausdurchsuchung bei Lofti. Wo wohnt der? Cave City. Nee, 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 nee. Komm mal zurück. Der ist umgezogen. Der wohnt jetzt Tilted Tower. Der wohnt Tilted Tower jetzt. Tilted Tower ist hier vorne. Das erste Mal zu Lofti da gucken. Weil ich will meinen Fun-Wender. Der hatte Schärfe 5 alles drauf, ey. Tilted Tower ist hier, aber ich habe jetzt hier noch nicht... Doch, doch, doch. Der hat hier seine Kisten irgendwo. Der hat mir das doch... Ja, ja, hier sind die. Ja, ja, der hat mir das gezeigt. Genau, genau, genau. Ja, aber Bro, die sind alle abgeschlossen. Der hat sie ja... Alle abgeschlossen. Ja, gut, wir können ja jetzt nicht überall einen Trichter dran machen. Das stimmt. Aber vielleicht hat er es beschrieben. Vielleicht steht da geklauter Fun-Wender drüber oder so. Das ist der lustige Toten, hier, Fackeln, Pflanzen, Neu, Leder, ne. Boah, das... Aber das wäre auch... Alter, das wäre aber ein lustiger Prank-Candy. Wollen wir das machen? Wir schnappen uns... Also wir klauen es nicht wirklich, nur so als Prank. Wir schnappen uns wirklich 50 Trichter. Wir haben ja Eisen, ist ja kein Problem. Leeren alle Kisten und transportieren einfach das ganze Zeug. Nicht weit weg. Einfach hier so in die Höhle rein oder so. Er findet das... Also er weiß ja nicht, dass es das ist. Dann findet er das auch nicht. Und dann kommt er so in seinen Kisten, alles leer. Wir können das mit Trichtern direkt darüber fördern, ne. Das ist gar nicht selber Fragen. Oh ja, so ein Trichter-System. Ja, anders klug, ja. Okay, okay. Wir lassen das mal machen. Das wäre anders. Das ist anders lustig. Da brauchen wir ganz viele Trichter, ne. Also wir brauchen... Da kannst du ja ausrechnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn. Okay, das sind ungefähr 30. Ja, also zwei Stacks. Zwei Stacks, ja. Boah, das ist arschfiel. Vier Stacks Eisen ungefähr. Ich guck mal. Vier Stacks, das ist ja easy. Warte mal. Ich, der... Na, ein Stack Eisen kostet ja nur ein paar Dias. Ich check mal, wie viel... Ich geh mal zu meinem Jet und guck mal, was ich da hab. Mann, dass ich diesen Jet nie fertig gebaut hab, ey. Mann, das muss ich unbedingt auch mal machen. Und ich muss mir unbedingt... Ich bin flug dabei. Ich bin von Freunden jetzt gewohnt, dass ich viel geiler fliege. Das liegt doch an der Elytra, an dem Upgrade, oder? So, steht hier alles noch. Ja, Spawnpunkt mal setzen. So. Ah, hier haben wir die Dias. Okay, dann wurden die Dias mir nicht geklaut. Aber halt alles andere. Naja, die Dias reichen, ja. Und wir haben ja eh auch jetzt hier noch gut Eisen am Start. Lass mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwie da was in den Kisten haben. Aber da... Ah, hier ist ein bisschen TNT. Aber das TNT wird mir safe auch geribberoniert, Alter. Und wir brauchen natürlich Holz. Und ich hab ja keine Axt mehr, ey. Das kann alles nicht wahr sein, ne? Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab ne Idee, was wir machen. Wir gehen zu Amir, meinem Trade-Up-Experten. Und ist er grad da? Nee, er ist nicht da. Ich hab aber gesehen in seinem Video... Aua. Äh, einfach glatt aus Verbot. Ich hab gesehen... Hä? Hat der alle Villager umgezogen? Ah, nee, der sah nur so aus. Hab ich grad schon gefunden. Du findest bei einer... Das steht ja... Hä? Hat der das nie abgebaut? Hat der es nie abgebaut? Das ist noch seine Totemfarbe. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt weiß, dass ich ihm eine Totemfarbe stehe. Der hat das hier alles umgebaut. Warte mal. Ähm... Oh. Aber das ist nicht so schlimm. Also, es ist schon schlimm, weißt du... Und das war unser gemeinsamer Schutz-Villager-Arm hier. Kannst du dich doch nicht einfach wegsperren. So, Spitzhacker-Axt. Warte mal, ich kann ja schon mal alles traden hier. Wobei, ich kann ja die nehmen. Ist eigentlich egal. So, wir traden schon mal eine Axt. Und jetzt brauch ich noch eine... Quarz-Rüstung. Nee, ich brauch... Ach, er hat keine Schwert. Hat der hier was? Nee, na gut, ein Schärfe 1-Schwert können wir uns ja schon mal organisieren. Nee, ich hab ja ein Schwert, hab ich ja. Na gut, ich dachte eigentlich, dass ich mir hier gute Werkzeuge direkt ziehen kann. Aber irgendwie hat er das umgebaut. Da müssen wir mal gucken irgendwie. Der hat hier... Ah, der ist hier komplett am Umbauen, ne? Der macht hier alles grad neu. So, wir gehen nochmal zu seinem Shop. Kaufen uns da Eisen. Gott, Alter, was ist mit Stadis Haus passiert? Das ist ja komplett im Arsch. Das ist ja ein ganzes Kistensystem. Oh, da ist... Guck mal, da ist das... Da ist das Auto doch vor meinem Prank. Dieser Prank ist, denke ich, ein Monat alt oder so. Das Auto stand da einfach immer noch. So, wir kaufen mal hier ganz kurz was. Äh, Eisen. Ein Stack, acht Dias. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, jetzt haben wir zweieinhalb Stacks Eisen. Na, das sollte reichen. Wir können ja Reihe für Reihe machen, ne? So, jetzt hole ich mir noch ganz kurz Holz. Weil wir brauchen natürlich auch Kisten. Ist klar. Können wir hier kurz machen. Dann haben wir ja eigentlich alles für Trichter, ne? Junge, das wird so lustig, wenn Lofty online kommt. Und der hat nix mehr. Es ist ja nur... Es ist ja nur 20 Blöcke wegtransportiert. Aber er wird's da natürlich nicht finden. Aber wie gesagt, wir behalten davon natürlich nix. Das ist klar. Aber das wird schon lustig. Aber das ist die Frage. Ich bin echt mal gespannt, dass ihr in die Kommentare schreibt, wer mein ganzes Zeug geklaut hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass, ähm, es Off-Camera passiert ist. Das heißt, wir werden's mitunter vielleicht nie erfahren. Aber ich sag mal, Alpha-Clan da schon großer, großer, äh, Verdächtiger, würde ich mal sagen, ne? So, wir können Ihnen das rechtliche Holz ja auch in Tilted Tower dann fahren, wenn ich nicht so lange warten muss. Weil da waren, glaube ich, soweit ich weiß, auch Bäume. Habe was gefunden bei Tilted Tower. Hallo, was hast du denn gefunden? Ah, ja, Bangs, sehr gut, sehr gut. Und zwar habe ich was gefunden. Das wird dich sehr freuen. Mein Fun-Wender. Na, ja, nee, nicht ganz. Also so viel jetzt noch nicht. Aber schau mal hier, was hier steht. Was steht denn hier? Was steht denn hier? Da steht ein Schild. Alpha-Clan. Oh, Mann, okay, okay. Oh! Ja, okay. Alter! Vier Beacons, das ist schon mal ein, äh, ja, ist schon eine Menge wert. Aber das gehört, glaube ich, nicht dem Alpha-Clan, oder? Wem gehört das? Lofti? Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich nehme mal eine Rakete. Eine Rakete nehme ich mal aus. Ja, okay. Boah, da sind schon anders dicke Klunke, aber ich weiß nicht, wie man das gehört. Ich habe noch Eisen gefarmt ein bisschen. Ja, ja, ich habe noch Eisen gekauft und so. Ich habe Arsch viel, pass mal auf. Ist eher Holz das Problem. So, jetzt haben wir sieben. Jetzt haben wir zwölf. Ja, ja, Holz ist hier das massive Problem. Okay, ich hole Holz. Bis gleich. Alles klar, ich fange schon mal an. Ja, ja, wir haben, uns fehlt hier Krankholz. So, wir haben aber schon mal 13. Das heißt, wir beginnen einfach von hinten, würde ich sagen, und arbeiten uns vor. Das heißt, wir müssen jetzt hier erst mal das Ganze hier weggraben. Dann müssen wir so machen, doppelt gebaut, sonst komme ich nicht unten ran. Wir graben erst mal alles weg. Nee, wir machen schon mal die Trichter dran, weil das Problem ist, dass das bis die Items rauslaufen. Warte mal, kann ich jetzt so machen? Ja. Okay. Nee, das hat sich falsch... Das ist falsch. Warte mal, das ist Quark. Wir müssen jetzt andersrum. Wir müssen jetzt... Nee, warte mal. Ah, ich bin gerade verwirrt. Wir müssen es, glaube ich, andersrum machen. Junge, wer lagert denn so viele Schilder in der Kiste, Lofti? Was ist das denn? Junge, über das Essen. Okay, das müssen wir gleich nochmal korrigieren. Aber das hier müsste jetzt auch schon gut rauslaufen, alles. Ah, die Kisten sind alle leer. Ah. Gut zu wissen. Da ist ein bisschen was drin. Okay. Ah, die Kiste können wir nicht leeren. Scheiße, aber da ist eine Kiste drüber. Okay, das ist nicht so schlimm. Da ist die offen vielleicht. Ah, die ist offen sogar. Siehst du, dann ist egal. Warte, dann nehmen wir das beides hier raus und tun. Dann nehmen wir das mal hier rein. So. So, gut. Das kann jetzt natürlich nicht weiterlaufen. Wir müssen am besten schon mal damit das... Ja, wir brauchen echt Holz, ne? Ich gehe mal auch ganz kurz Holz sammeln. Da brauchen wir nicht krank Holz. Dann bauen wir hier mal weiter. Wir können ja quasi zuerst die machen und dann die nächste. Wisst ihr? So, aber dann müssen wir aber jetzt mal... Wir müssen bauen es am besten mal. Na, am besten wäre es, wenn wir... Na, wie machen wir denn das? Wenn wir vielleicht das hier so... Dass wir einfach die Kisten hier so hin platzieren und dann einfach die zubauen. Versteht ihr? Das wäre doch eigentlich big, oder? Ich habe, glaube ich, alles da jetzt. Wie gesagt, ganz viel Holz und so schon. Ich habe ein bisschen den Plan geändert. Ich habe das hier mal nach vorne gemacht und wir graben das dann einfach zu. Dann brauchen wir nicht so viel Trichter. Das bist du der Höhle da hinten machen. Das ist krank. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir buddeln das hier ein. Sehr, sehr gut. Der wird sich echt wundern. Oh, laufen die denn schon los? Ja, ja, aber ich muss hier gerade noch... Warte mal, wir machen jetzt... Oh mein Gott, wir sehen... Netherite-Platten. Warte mal, das ist doch Netherite. Boah. Da ist ja richtig viel Zeug drin und richtig viel Leder und alles. Ich habe hier gerade ein Problem. Was, wenn ich es so mache? Geht das? Ja, so ist besser. Ich habe es am Anfang falsch rumgebaut. So, jetzt müsste es reinlaufen, oder? Guck mal hier in die Kiste. Ja, ja, es läuft hier. Ja, okay. Ja, guck mal, es läuft schon ziemlich viel hier rein. Und jetzt einfach hier so weiter. Boom, 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 boom. Let's go! Haha, wir lernen ja. Aber viele... Es fehlt noch irgendwas. Aber guck mal, viele Kisten sind arschleer, ne? Ja, das sind ja... Die Heftigsten kommen hier gleich, ne? Zum Schluss kommen hier die Heftigsten noch. Das wird aber ewig dauern, bis das durchtickt, ne? Ja, ich glaube, das schafft zwei pro Sekunde. Na, wobei geht. Die Frage ist, reichen die Doppelkisten? Ich habe, glaube ich, vier Doppelkisten. Reicht, oder? Dann schaue ich mal. Ja, wir brauchen halt jetzt noch... Wir brauchen noch... Zehntrichter ungefähr. Kann nochmal... Dann kaufe ich nochmal. Ich kaufe nochmal ein Stack. Egal, wenn ich werde. Okay, bis gleich. Ich habe was Interessantes gefunden. Und zwar ist jetzt durch die... Ist was kaputt? Ja, dass die Kisten hier leer räumen. Nein, ist jetzt hier eine Axt ans Licht gekommen. Unten in der Kiste. Ah, interessant, interessant. Und da wollte ich fragen, dass es deine vielleicht war. Und das... Ja? Okay, die Spitzhacke gibt mir schon mal Vibes auf jeden Fall. Achso, die meint's ja. Deswegen dachte ich... Hatte ich Behutsamkeit da drauf. Boah, da muss ich meine Videos nochmal checken. Aber er wird's ja eh nicht finden. Nur wenn wir es wie ihm... Zehn Schwämme hat er sogar gehabt. Boah. Zehn Schwämme ist aber auch krank. Ich muss dazu ja sagen, wir machen das ja nur, weil der Alpha-Clan die Krümelküste explodiert. Also wir klauen ja auch nix. Er kriegt das ja wieder. Stimmt, das ist ja nur ein Prank. Also außer die Sachen, die halt um mir geklaut wurden, die kriegt er natürlich nicht wieder. Ey, wenn da wirklich jetzt dieser schärfe fünf Pfannenwänder in dieser Kiste rutscht. Ich lach mich schlapp. Das wäre komisch. Das wäre echt lustig. Nee, der hat den Safe. Also dass er den hat, weiß ich. Die Frage ist nur... Oh, ich bin gespannt. Aber eigentlich wahrscheinlich in der Enderkiste. Vermutlich. Ja, wobei so wertvoll... Oder in den letzten Kisten. Ja, in den letzten Kisten. Es steht und fällt in den letzten Kisten. Uns fehlt ein Trichter-Kerndy, ey. Aber du hast doch noch ein bisschen Eisen, meintest du, oder? Ja, 20. Ja, ja, reicht. Aber in den Ofen? Ähm... In den Ofen, warte. 15 Dias hier auch drin. Hä? Aber warum baut der hier 700 Kisten hin, wenn die alle leer sind? Das stimmt. Vielleicht hat der mehr vor damit. So, warte mal. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Äh, Kiste. Zack, 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 zack. Ich habe aber die ersten falsch platziert. Aber Banks, bist du eigentlich im Bilde, was hier abgeht irgendwie? Ja, Prime Krieg habe ich mitbekommen, ey. Absolut, ey. Und du bist mittendrin. Das habe ich auch mitbekommen. Ja, mehr oder minder. Ich bin ja angegriffen worden. Stimmt. Warte, was war das nochmal? Ich habe Timmy immer ein paar Pranks gemacht, aber so harmlos. Ich habe zum Beispiel eine Farm in sein Haus reingebaut. Ja, die habe ich abgebaut. Ich weiß ja nicht. Ja, lauter so Kleinigkeiten halt. Und irgendwann komme ich und mein Haus hat ein riesen Loch gehabt. Wo chillen die denn jetzt eigentlich? Die chillen doch nicht in ihrer Base im Ozean, oder? Weiß ja jeder, wo die ist. Ähm, doch. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt. Also, es gibt die Alpha Base. Die ist irgendwo auf dem Ozean. Aber was anderes weiß ich auch nicht tatsächlich. Boah, Kenny, weißt du, wie lange das hier dauern wird? Ja, durch das Zuckerrohr dauert es halt auch extrem lange gerade. Naja, ich halte euch mal nicht weiter auf, ne? Juuu. Du hast nichts gesehen, ne? Nee, ich habe nichts gesehen. Okay, danke. Ciao, ciao. Oh, hier ist so viel Zuckerrohr. Na, warte, wir können ja die Sachen, die so richtig nervig sind, können wir ja gezielt rausnehmen und dann schon mal unten in die Kiste einfach reinpacken. Wie viel Zuckerrohr hat der Gestörte denn? Guck dir mal diese Kiste hier an. Ah, achso, ja, ich sehe schon, was du meinst. Okay. Boah, jetzt geht es hier richtig los. Jetzt geht es richtig. Wir können es nämlich selber händisch runterbringen. Ja, ja. So diese Sachen, die so stackweise, weißt du? Ja, ja, ja. Boah, das spart richtig viel Zeit. Richtig, richtig gut. Ähm, warte, ich packe mir meinen Kram oben in die Kiste, dann habe ich mehr Platz. Kohle, das ist das für ein Kisten. Das hat ja alles für Zeug. Äh? Ja. Geht das? Das ist wirklich krank. Reichen unsere Kisten überhaupt? Die reichen nie und nimmer. Nee, reicht nicht, reicht nicht. Na, warte, aber dann bauen wir die letzte ab, weil da ist eh hier Erde. Erde bauen wir nun wirklich nicht. Nee, ich muss leider sagen, Lofty hatte keine geklauten Gegenstände von dir dabei. Ups. Verdammt, das war gar nicht. Aber der Prank ist ja eben passiert, weil er noch deinen Pfannwender hat. Das stimmt. So, dann musst du mal ein Schild machen. Du machst dein Schild mit der Krümelküste und ich mache mein Schild mit... Nee, wir machen nur wegen dem Pfannwender, das passt schon. Mach ich hier hin? Einfach hier so schön. Und zwar sagen wir, er kriegt seinen Loot wieder, weil er weiß nicht, dass es hier unter ist, wenn er uns sagt, wo der Pfannwender ist. Du bekommst deine Sachen wieder, wenn du im Gegenzug mir meinen Pfannenwender, das ist auch der erste Mensch, der das auf dem Minecraft-Shield schreibt, zurückgibst. Liebe Grüße. Ich lasse mal deinen Namen raus, ne, da bist du da. Sehr gut. Oder möchtest du extra genannt werden? Du bekommst deine Sachen wieder, wenn du im Gegenzug mir meinen Pfannenwender zurückgibst. Liebe Grüße, Banks. Sehr gut. Kann natürlich deinen Namen auch noch dazu schreiben, wenn du möchtest. Naja, passt schon. Ja, ja. Okay, so. Passt schon. Aber Banks, ich hau jetzt ab. Ich hau sie rein, Kerni. Ciao, ciao, danke. Ciao, ciao. Leute, das war eine Folge Insel, es ist wieder anders abgegangen. Ein Zerschede. Du musst unbedingt gucken, wann Lofti runterkommt. Nicht das Lofti-Livestream-Stadtmüll, willst du jetzt hier dick was aufbauen und alle seine Kisten sind leer. Also das müssen wir auf jeden Fall, dann muss ich mal bedienen, mich kurz schließen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst eine positive Bewertung da und lasst ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.